Wird sie es tun? Habe ich komplett ausblenden können, von daher bleibe ich da eher am Jetzt und Morgen. Dinge, die sich ja nicht helfen. Ich habe mir selber so diskutiert in meinem Kopf. Und eine verletzte Anna. Drei Prozent der Zuschauer für die ehrlichste Frau hier. Alter, so noch viel mehr gibt es in der 23. Folge von Love Island. In der letzten Folge haben Heinrich und Sandra ja eine Einladung in die Private Suite bekommen und da fragen wir uns ja wirklich alle sehr hart. Komm, was passiert da? Und da schauen wir mal gleich rein, ne? Ich wusste das hier gar nicht so richtig irgendwie. Was, was hier sowas ist? Ja. Verrückt, die Private Suite liegt im Geheimen. Damit hätte auch keiner rechnen können, oder? Wie schön, die es wieder gemacht haben, ne? Ja, Heinrich, schön wieder da zu sein, ne? Das hört Sandra gerne. Ach, ich war schon mal hier all die schönen Erinnerungen. Ich habe schon ab und zu da an die Sache mit Aurelia gedacht, aber da habe ich komplett ausblenden können. Von daher bleibe ich da eher am Jetzt und Morgen. Ich lebe im Jetzt und Morgen. Sandra, so geht der Spruch nicht. Vor allem, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man im Jetzt und Morgen lebt, wenn man mit Heinrich gerade in der Private Suite abhängt. Das ist so, das ist gefährlich, oder? Genau, ich wollte dir einen Zaubertrick zeigen. Komm, setz dich hier vor mich. Ich möchte dir gerne einen Zaubertrick zeigen, Sandra. Wie diese 9 cm einfach verschwinden können. Tada! Ja, das passiert zum Glück nicht. Der hat irgendeinen verschwinden lassen. Das war magisch. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wie Henrich sich fühlt, denn es ist schon scheiße. Wenn man dauergeil ist, oder meint er, es ist scheiße, wenn man Henrich ist. Das könnte auch sein. Aber wir wollen hier mal nicht judgen, ne? Allerdings gibt es nicht nur Kuschelein und Liebelein in der Villa, sondern auch leichte Probleme. Nele redet mit Tim und denkt sich so, lass uns morgen bitte nochmal weiterreden, das wäre sehr schön. Allerdings... Wenn Melina mich dann nicht umbringt, wenn ich morgen mit dir darüber quatsche. Das war ein lustiger kleiner Scherz, Nele. War halt nur doof, dass Melina direkt daneben stand und das hört. Und wenn Melina etwas hört, also ja generell, dann ist direkt landrunter. Hab ich das schon sauer gemacht, ey? Hey, girl! Red mit wem du willst! Oh mein Gott, die Alte hat einfach behauptet, dass Melina sauer wäre, wenn sie mit Tim redet. Das macht Melina jetzt erstmal sauer. Und dann war Melina sauer, hat es auch ein bisschen an Tim ausgelassen und es hat dann wieder ein bisschen gekriselt. Und dann musste sie draußen mit Oma reden. Ja, aber du bist doch eifersüchtig. Wenn ich bitte was? Ja, wir sehen es schon. Tim hatte wohl den größten Fehler gemacht, den man machen kann, wenn man mit Melina abhängt. Er hat geredet. Sich allerdings wieder abzureagieren, hat sich Melina gedacht, hey, gehen wir mal zu den anderen Kandidaten. Wir sprechen ein bisschen mit denen und helfen ihnen bei ihren Problemen. Dann sind meine nicht mehr so wichtig. Also ich bin halt voll der Menschen, der merkt, ob da was ist oder nicht. Wenn man sich so berührt. Und ich habe gemerkt, je näher ich da komme. Och Melanie, gestern erst mit Murat verkappelt für ewige Liebe und heute schon keinen Bock mehr. Ja, hat wohl nicht so lange gehalten. Also es war wohl das kürzeste inoffizielle Couple, was es jemals gab. Glückwunsch dazu. Naja, aber während Melanie ein bisschen struggelt, sieht das Murat ein bisschen anders. Im Prinzip hast du dir für Melanie entschieden und fertig. Ich habe mich ein bisschen mehr als nur für sie entschieden. Ja, so ist es. Ich habe ein bisschen mehr als nur für Melanie entschieden. Wie hast du dich denn mehr entschieden, Murat? Was hast du getan? Hast du sie geheiratet? Hast du irgendwie irgendwas getan? Du hast gesagt, hey, lass mal ein inoffizielles Couple sein. Das ist ja nicht viel. Vielleicht auch manche schon. Dann mal kurz ein kleiner Exkurs zu Henrik und Sandra. Man würde sicher wollen, wenn er dürfte. Aber er darf halt nicht. Sandra hält stand. Sandra, okay, ich habe eigentlich erwartet, dass sie nicht dafür gehen will, wo Aurelia auch schon lag. Aber ich habe dann kurz gedacht, dass Henrik schwach wird. Aber Henrik hat auch gesagt, nee, mache ich nicht. Und das verwundert alle. Und schlanzo. Und schlanzo, Digga. Oh, guten Morgen. Und schlanzo. Ach Gott, die benutzen das ja anscheinend für alles als Synonym. Also, guten Morgen, Prost, lass es dir schmecken. Oh, hier ist dein Kondom. Alles. Der, sie ist genau so eine Frau, die ich brauche, so als Freundin. Duißt du? Das ist halt das Krasse, so. Auch wenn das wieder langsam komisch klingt, ich habe das Gefühl, Henrik hat alles richtig gemacht, indem Aurelia abgeschossen hat und das alles so scheiße lief, weil er wirklich seinem Herzen folgt. Also glaube ich langsam, dass ich glaube ihm langsam, dass er Sandra nicht nur flachlegen will. Mein Gott, was hat Sandry mit ihm gemacht? Melina und Tim führen allerdings auch noch ein klärendes Gespräch, weil es ja am letzten Tag leichte kleine Probleme wie immer gab. Und ja, das machen die jetzt, ne? Ich habe in mir selber so diskutiert in meinem Kopf, dass ich jetzt, dass ich nicht sagen sollte. Wir geben uns eine Chance. Aber ich glaube, ich habe einfach Angst, verletzt zu werden, nennen wir das Kind beim Namen. Und da bist du definitiv die Einzige auf der Welt, Medina. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mach's einfach. Ich finde manchmal, sie könnte meine Videos sehen, damit sie weiß, mach es doch einfach. Der Tim ist ein guter, das wird. Ach, naja. Melanie wird ihrer Ganaten-Girls-Gang allerdings auch erklären, so mit Murat läuft das nicht so ganz gut. Und naja, da ist ja auch noch Niede dabei, ne? Das gar nicht weitergeht. Ich frage mich, ob Niede sich gerade denkt, oh, es ist wieder meine Chance gekommen. Ciao Kevin, auf zu Murat. Das wäre lustig. Wäre es wirklich. Naja, und schlussendlich denkt sich da Melanie auch irgendwann, auf jeden Fall mal mit Murat, ne? Kam bis jetzt. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch kommt. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der das schnell merkt. Und alles, was Murat rausgebracht hat, war auch nur noch, ja, okay, ja, cool, gut, haben wir alles geklärt. Ciao. Er hat nicht mehr gesagt und ich finde, für eine Person, die sich mehr als nur festgelegt hat, ist seine Enttäuschung nicht sehr greifbar. Aber, naja, es war wahrscheinlich dann doch keine wahre Liebe. Verrückt. Wie jetzt? Gar nicht. Was? Zwischen dir und Murat? Gar nicht. Was ist es, ne? Gar nicht. Naja, und da es nur noch ein richtiges Ding ergibt, denkt sich Melanie wieder so, los geht's. Gar nicht. Es hat nichts geklärt. Gar nicht hat es geklappt zwischen mir und Murat. Verstehst du das, Kevin? Ja, das waren so zarte Hints, dass Melanie wieder frei ist. Und Kevin denkt sich so, ja, mach ich, nehm ich, was soll's. Na ja, und zum Abend ist dann wieder eine Party angesagt und alle Eiländer machen sich für die Party fertig. können wir bitte auch auf Melinas Mimik achten, während Anna das sagt? Das ist ja sogar noch lustiger, einfach mal die so, was redet die da? Warum bin ich hier? Ja, das war eine dumme Idee, mit ihr in die Talkbox zu gehen. Na ja, egal, Partyzeit. Nachricht. Ne. Nachricht. Wir stehen da alle im Kreis und keiner hat was gesagt. Jeder hat diese Nachricht gehört. Warum? Ich fände es viel besser, wenn irgendwann mal das Handy vibriert und jemand sagt, oh, eine Nachricht, ich lese mal vor. Das wäre schön, aber passiert leider nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Tilletabys noch kennt, aber die Sonne, die da immer aufging, dieses lachende Baby, das war ich. Also jetzt, wo er es sagt, die Ähnlichkeit ist definitiv nicht da. Verblüffend. Wir haben sie gefragt, wie sie euch einschätzen. Und das werde ich jetzt einigen von euch verraten. Ich werde einigen von euch verraten, was die Zuschauer so gesagt haben. Die, die wir verletzen wollen oder auseinandertreiben wollen oder sonstiges. Nein, okay, haben sie nicht gemacht. Die haben ein paar nette Sachen gesagt, aber halt auch das zu Anna. Drei Prozent der Zuschauer für die ehrlichste Frau hier. Und Anna so, oh mein Gott, ich bin die unauthentigste. Naja, vielleicht sind doch einfach Alana nur viel authentischer. Ich meine, Anna ist jetzt auch nicht die hinterhältigste überhaupt, aber naja, also naja. Naja, und schlussendlich gibt es eine Partzeremonie und alle müssen sich halt hin und her entscheiden. Die bestehenden Couples bleiben. Es ist also nur interessant, was Kevin und Murat tun. Und Kevin macht das hier. Die Frau ist... Melanie. So, da hat Melanie aber losgelegt. Ciao, Murat. Zack, direkt bei Kevin. Und er hat sich gedacht, die nehme ich sofort. Also, das läuft. Müsste sich aber jetzt nicht Murat dann automatisch für Nele entscheiden, weil das war ja seine zweite Wahl. Und schauen wir einfach mal. Julia. Haben die beiden schon jemals miteinander geredet? Das ist mir nicht aufgefallen, glaube ich. Oder ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nicht. Also auch wahre Liebe. Und damit ist Nele leider ausgeschieden. Die Menge ist traurig und naja, was soll's, ne? Das war es allerdings auch mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Und hier sind ganz viele Einblendungen, wo ihr draufklicken könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.